Wo ist das hier, man? Unbelievable Moments. Einfach Ball geplatzt, hab ich auch noch nicht gesehen. Nach Hulk war das. Hä, wie krass. Der einfach da hängen bleibt, der Ball. Oh mein Gott, der rutscht aus und tunnelt den dabei mit dem Kopf. Und jetzt fällt Tor. Und den Noob gar nichts mehr, Digga. Was, ein Schauspieler. Boah. Okay. Zählen wir den fest. Guck mal, Rooney, wie der Rooney anguckt. Das ist Rooney. Das ist Rooney. Hey, was ist das denn für ein Fake? Der hat den Tor mal durchs Netz geschossen. Alles klar. Boah, was geht denn da ab, Alter? Boah, ich hatte richtig Panik, Alter, als Spieler. Wenn da auf einmal so viele Leute kommen. Du weißt nicht, ob die Leute dir was Gutes wollen oder nicht, ne? Ach ja, und jetzt gurkelt Bale in der amerikanischen Liga rum. In der MLS. Digga, was? Wie heiter hat er den denn geworfen? Oh mein Gott. Das war eigentlich so eine geile Aktion vom Keeper. Boah. Dieser Courtois, ne? Wie auch bei Real Madrid da, was der da angestellt hat. Das kannst du auch geimt erzählen. Digga, 4-Dor-Backville. Wenn du das noch einmal reinschreibst, dann gibt's ein Timeout, Bro. Ich hab keinen Bock drauf, weil die Videos eine halbe Stunde gehen, Alter. Penne ich ein dabei. Nick, danke für deinen Prime. Ja, bedankt sich beim Ball, Junge. Boah. War bestimmt gewollt, ja? Malen jetzt wagen, Woltran ist jetzt. Pff. 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 Geiler Skill. Pff. Der gibt immer einen Verein mit. Ähm, Morissi Anamambo. Pff. 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 Starkes Eigentor. Boah, dieses Tor war so krank, Alter. Den einfach so reinchippt. Das ist sogar der Keeper. Boah, was war das denn? Einfach Smackdown-Move mit Rondon. Das war der Moment. Boah, Barca dieses Comeback hatte, Alter. Das war das krasseste Spiel, glaube ich, was ich jemals gesehen habe. Ich habe kein krasseres Spiel vorher gesehen. Das war so krank, Alter. Wer da im Stadion dabei war, der ist schon unsterblich. Ach, der war drin gewesen. Stimmt, aber hat nicht gezählt oder so. Irgendwas war noch da. Das Tor von Wembley. Da gab es doch keine Torlinientechnik. Ja, alle haben gesagt, Barca ist draußen, Digga, weil er da einen Tippschein gemacht hat. Ciao. Geil, Alter. Stimmt, wo Alisson das Tor gemacht hat. Wie geil, Alter. Zack. So krank, Alter. Stimmt, das habe ich auch gesehen. Wie krank war das denn, ey? Ja, manchmal so... Das sind so FIFA-Situationen, ey. Sowas kann eigentlich nur in FIFA passieren. Was? Wie kann er den an den Pfosten hauen, Mann? Das ist doch unmöglich. Ich verstehe das nicht. Alter. Sorry, aber sowas darf keinem Profifußballer passieren. Das ist zu übertrieben. Digga, die verdienen Millionen damit. Millionen. Boah, warum er wie hoch Ronaldo war, Bruder. Guck mal, hier, der war einfach dritte Etage. Digga, wie hoch war der da bitte? Digga, einfach Jones. Guck mal, was der da für Moves macht. Wie Spider-Man krabbelt der am Boden, ey. Ja, daran erinnert mich auch noch. Stimmt, Alter. Diese... The Last Miniters. Das habe ich im Flugzeug geguckt. Das weiß ich noch, das Spiel. He started to celebrate a Ghost-Goal. Was war das denn? Ja, geil. Der tunnelt ihn einfach. Wupp. Der Stegen. Der Dribbler, Alter, geil. Ja, im Flugzeug hatte ich Internet gehabt. Deswegen konnte ich das gucken da, weißt du? good ja. Du hast... denajust der Zeit einstiseden Konzentration? Denajuster? Dieئtte Frau Dior. Weißt du gut? Bu機 Haberm implantation? Die twisting habenدة genau. Das war das Lemag ir umf omklarier. gut? Wirklich an? Untertitelung des ZDF, 2020